Hallo Leute, hier ist Marta und ich habe in den letzten Tagen viel über ein Produkt gehört, das in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt, Motion Mart. Ich bin wegen meiner Arbeit sehr gestresst und habe einige Probleme, deshalb habe ich von Motion Mart gehört. Deshalb habe ich beschlossen, denen zu helfen, die wie ich ein qualitativ hochwertiges Produkt auf dem Markt suchen. Heute werde ich Ihnen alles erzählen, was Sie über Motion Mart wissen müssen. Wir sind hier auf der Produktseite, aber bevor wir beginnen, möchte ich zwei sehr wichtige Warnungen für Sie machen, also achten Sie sehr genau darauf, was ich Ihnen zu sagen habe. Das Erste, was nicht erwähnt wird, ist, dass ein falscher Link in den sozialen Medien im Umlauf ist und viele Leute auf diesen Link klicken, deshalb werde ich den richtigen Link hier für Sie sowohl in der Beschreibung als auch in den Kommentaren hinterlassen, also seien Sie wachsam und vorsichtig. Also, was ist Motion Mart und funktioniert es wirklich? Und die Antwort ist ja, Motion Mart funktioniert. Nach vielen Laboruntersuchungen haben die Forscher ein innovatives Produkt entwickelt. Es kann Nervenendigungen stimulieren, die Übertragung von Impulsen verbessern, die Blutzirkulation normalisieren, die Regeneration von Geweben stimulieren und Schmerzen und unangenehme Empfindungen lindern. Also ja, Sie können diesem Produkt vertrauen, viele Menschen haben hervorragende Ergebnisse mit Motion Mart erzielt und auch Sie können Ergebnisse erzielen. Sie müssen jedoch im Hinterkopf behalten, dass jeder Körper auf eine einzigartige Weise reagieren wird. Das ist ein bisschen offensichtlich, aber ich sage es Ihnen, damit Sie realistisch über die Behandlung und die Erwartungen sind. Außerdem musst du Motion Mart ernsthaft behandeln, damit es funktioniert. Du musst es mindestens einmal am Tag verwenden, sonst wirst du keine ausgezeichneten Ergebnisse sehen und ein bisschen frustriert sein. Du kannst erste Ergebnisse im ersten Monat sehen, aber die meisten Menschen haben nach drei Monaten Verwendung dieses Produkts bessere Ergebnisse. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Motion Mart keine Nebenwirkungen hat, da es natürlich ist. Deshalb wollte ich dieses Video aufnehmen, um Ihnen zuerst zu sagen, dass Sie vorsichtig sein sollten, auf welcher Website Sie Motion Mart kaufen werden und auch, wenn Sie das Produkt kaufen, behandeln Sie es richtig und nehmen Sie es ernst. Denken Sie daran, dass Ihre Ergebnisse sehr unterschiedlich sein werden als die jeder anderen Person, weil Ihr Körper auf einzigartige Weise reagiert. Leute, um zusammenzufassen, glaube ich wirklich, dass dieses Produkt sowohl mein Leben als auch Ihr Leben verändern kann. Meine letzte Warnung betrifft den speziellen 50%-Rabatt, von dem ich gehört habe, dass er für zukünftige Einkäufe nicht mehr angeboten wird, also beeil dich und sichere dir dieses Produkt, um 2023 auf besondere Weise zu beginnen. Vielen Dank.